Ja, heute haben wir den 2. September 2021 im Kultur-Taturstudio und hier ist mein Freund Josef und ich habe hier eine kleine Flasche Wein besorgt und die wollen wir jetzt austrinken. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn ich was trinke, dann bin ich einen ganzen Tag besoffen und ein ganzes Jahr rede ich dann um das Zeug, weil das Alkohol ist nicht gut. Josef kann das natürlich vertragen, also der hat schon öfters einen über den Durst getrunken, man sieht es, das hat ihm nicht geschadet. Das ist fit im Kulturstudio. Ja, wenn ich jetzt die richtigen Weingläser habe, dann legen wir los und dann möchten wir auch nicht gestört werden. Ja, soweit.